So, grüß euch und hallo zum Let's Play Minecraft! Ah, Minecraft euch! Willkommen zum Let's Play Mario Kart Wii! Wir fahren wieder mit der Freundesliste vom Mr. Let's Play Freaky Und... Mach schon! Wow! Fast zu spät aufgenommen So, der Günther ist auch wieder dabei Oh mein Gott! Günther? Ja! Bist du da? Ja, ich mach meine Begrüßung gleich einmal Achso Bisschen Zeit lassen Ja, ich nehm auch schon auf Ja, mei! Ich nehm mich erst später auf Ich nehm mich schon auf, aber... Ich mach erst später reden, erst wenn das Rennen losstattet Okay Du müsstest mich doch kennen! Hm! Aber lass uns ruhig reintun, das ist mir völlig egal Mario's Biste, na toll! Die wollte ich nicht, ich wollte zufällig! Haha! Egal! So, alle Löcher zu Mario Kart gegen Mr. Let's Play Game Freaky mal wieder! Und ich hab den Turbostad verhaut! Was? Ich hab den Turbostad verhaut! Also ja, Markus ist auf Gott, dass ich spiel jetzt hält, ist ja doch! Schieee! Nein! Aber du eben auch herkommst! Warte auf! Ich bin gerade erst irgendwie! Ach, ach! Ich weiß auch was er gesagt! Du bist die Erste! Ja, du hast mich rausgekackt! Ah, verdammt! Ah, Hauptsache ich bin erster und weiß nicht was ich sagen will! Egal! So, jetzt wird mal jemand in den Arsch getreten! Aber nicht ich! Wer weiß, wie weit ich nach vorne komm! Wo? 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 Ich lass mich in drüben! Hast du mich gerade überholt? Nein! Ich kleb noch an deinem... Ich kleb noch an deinem Auspuff! Nein! Günther, ich hasse dich! Ach, verdammt! Du schweißt! Nein! Du schweißt! Du schweißt! Nein! 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 Du schweißt! Du schweißt! Sicher nicht letzter! Ich bin nicht mehr rausgekommen! Das finde ich eine Frechheit! Ah ja! Ah ja! Boah! Ich probier! Boah! Günther! Hey, Mr. Genf! Wippin! 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 Ja! Ja! Wippin! 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 Nein! Boah! Nein! 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 Ich hab dich unbeholen! Shit! Nein! Shit! Okay, jetzt hab ich gekauft, aber egal! Auf ins nächste Röne! So ein Mist! Ja, eindeutig so ein Mist! Aber ich hab schon deine Ressort! So ein Mist! Jetzt weiß ich nicht ob man dich hört, aber egal! Egal! Na schreit nach Rache! Eindeutig! Rache ist Blutwurst! Äh! Egal! Egal! Ah ja 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 ja... Der Spruch... Weiß woher der Spruch ist? Independence Day! Oh! Auf geht's in das nächste Rennen! Es ist... ...Wieder spiel! Ja! Spielkarte oder wie? Scheint so! Oh! Oh, okay! Okay, hier, ich komme mit. Okay, hier, ich komme mit. Hey! Go! 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 Ja! So, geht es auf der anderen Seite. Was ist das? Das ist das? Ah! Ah! Boah! Gehen wir weg, dann! Schnappack! 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 Ah, du wirst meine Hupen nicht hören! Ah, ich gerade noch einmal da, Schoppe, schon wieder, wenn man eigentlich nicht da... Na, du hättest ja nicht schlecht! Das ist eine Blödheit von mir selbst! Ach ja! Deutlichkeit! Na, sagst du mal gleich? Sagen wir doch lieber! Nicht, oder soll ich mich überhaupt da drüben? Ah, vielleicht im nächsten Mal, dann fahre ich sie! Oder... nein, ich sag's gleich! Äh, ich wollte fragen... Scheiße, so will ich das! Nein, das Play... ...machen soll! Von Mario Kart! Oh, ich krieg ein Item! Das können wir doch nicht zusammen machen, oder? Könnten wir zusammen machen! Wow! Ja, der war von mir, ja! Danke! Damit bin ich dritter will! Ich bin letzter! What... what the hell?! Ich bin ich auch da! Ja! Ich bin ich auch da! Ja, das ist ja gut! WTF?! Ich hab' ich... Ich hab' ich mir auch grad gedacht! Äh, ja... Ich würde dann... Ich würde dann... Ja, aber fuhren! Sack hier! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Okay... Ich hab' mich nicht da ein bisschen... Nein! 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 Wir werden ja springen! Ja! Hahaha! Was ist das? Nein! Das ist aber die neue Erstfäuste! Ahhhh! Oh shit! Der dritte ist der Rückstand schon wieder groß! Schluchtringer! Hahaha! Kampfsaufen! Gut da! Gute Idee! Ja, das ist gut! Das ist gut! Das tut's gut! Ah, ja! Und... Äh... Nächster! Ja, das nächste Auswähler! Okay! Regenbogen ist auf keinen Fall gut! Heute nicht! Nee! Weil das sind noch zu viele Funky kommen dabei! Ja! Ne, weil du jetzt bist ja nicht! Ne, bist du wahnsinnig! Ha! Radio New Yorker! Obwohl lustig war's auch zugleich! Uuuuh! Geistertal! Das ist ja fast das Gleiche, ne? Ja! In gewisser Weise schon! Ja! Auch wenn die nächste Runde... Nein! Es ist gestalt! Uuuuh! Und Wiederspiel! War's so klar! Ja! Ja! Shit! Und... Genau! Wegen des 10... Äh... 10 Abonnenten-Specials! Bei 20 Abonnenten-Special würde ich dann ein Mario-Camp-Special machen! Halt vor! Hier haben wir... Einen Mario-Camp! Halt vor! Ja, Alter! Nein! Kein Alter! Boah! Und rot der Banzer bitte! Ah, cool! Ah, okay! Na! Ist doch nicht voll! Er aber ist Riese! Nein! Halt vor mir! Halt vor drei Pilze! Nein! Boah, da liegen ein Haufen Pilze! Ja! Ich fang dann mit 14.000 Punkte an! Also ich mach mir ein neues... Wow! Länger für Bananen! Mach das nie! Mach's da auch frei! Und... Es ist doch nicht alt vor mir! Ah, ja! Also... Ich glaub das Team macht mir auch 9.000 rein! Eigentlich hab ich nicht mehr einmal 9.000 rein! Ich hab kurz vor die 8.000 also... Ja! Ja! Hat die Lust hier nicht! Ach! Ach! Jetzt noch mal holen! Na! Überhol! 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 Nein! 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 Ich bin nicht der letzte! Oh mein Gott! Ja! Oh mein Gott! Das darfst du Leute laut sagen! Ich muss einen Schluck drängen! Ja! 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 Das gefällt mir gar nicht! Die Gruppen ist Hardcore! Und ich will das ganze auch! Ja! Das ist ja genauso schlimm wie die Todeskopen, was du heute Vormittag gehabt hast! Ja! Das war auch Todeskopen! Wie viele waren es? Es waren glaube ich 4.000? 5.000! 5.000! 5.000! 5.000! Ok! Nein! Es wird das gleiche! Aber es geht weiter! Wir müssen es rennen! Jawoll! Und es ist... Schon wieder! Nicht schon wieder! Wir haben es doch nichts für alle Taschen im Tag! Tasten! Tasten! Nicht Taschen! Ja! Nimm mich für alle Sprüche! Oh! Scheiße! Oh! Das war zu schnell! Ich bin über die Wand rüber geflogen! Und ich krieg einen Blubber! Sonst wäre ich mal 7. gewesen, aber nein! Ich krieg lieber einen Eitel! Ich bin doch immer 8. Was fahr ich für einen Schrotz um! Ich fahr so einen Schrotz grad zusammen! Was? Die Frechheit! Die Frechheit! Die Frechheit! Wenn ich jetzt endlich mal 7. Jahren so süß! Sonst bin ich ja auch nicht bei der Sprungshorn zugelaufen! Wo? Was? Was? Was ist denn hier?! Wo? Was? Was? Ich fahr gar nicht mit einem Schrotz! Ich fahr gar nicht mit dem Schrotz! Ich fahr nicht mit dem Schrotz! Ja! Jetzt habe ich irgendwann ein gutes Eintipp! Kurz vorm Schluss! Ja! Gumm! 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 Wieso? Wieso trifft dich zu spät? Weiß ich auch nicht. Wir sind doch letzten. Wollen wir warten? Ah! Sie hat mir deine Schritte angehört! Ha! Mit ehrlich! Habe ich noch mal einen Ort jetzt? Oh eh! Das wird heute der schlechteste Platz, was wir noch haben haben. Fünfter! Immerhin Fünfter noch! Ich letzter! Nett! Und damit sage ich tschau bis zum nächsten Part, ja! Ich genauso! Tschau bis zum nächsten Mal! Genau, tschau!